Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, meinen wir in den meisten Fällen den Einsatz maschineller Lernsysteme. Diese Systeme nutzen statistische Verfahren zur Optimierung und sind entsprechend eine komplexe Form von Algorithmen. Durch Training, also mehrfache Vorlage von Material wird ein sogenanntes Modell erstellt. Ein Modell kann man sich wie eine Form von Anweisung vorstellen, die danach auf andere Materialien angewandt werden kann. Wir unterscheiden drei Typen maschineller Lernverfahren. Supervisierte, unsupervisierte und verstärkende Verfahren. Supervisierte Verfahren erhalten eine Vorlage oder ein Resultat und versuchen dies, dann zu imitieren oder nachzuahmen. Um beispielsweise automatische Übersetzungen durch Maschinen erstellen zu lassen, benötigt das Lernsystem eine Vielzahl von Vorlagen, in diesem Fall Texte. Die Maschine lernt, indem sie Wörter und inhaltlich identische Sätze in unterschiedlichen Sprachen vorgelegt bekommt. Unsupervisierte Verfahren suchen in grossen Datenmengen sozusagen mal selbstständig nach wiederholt auftauchenden Strukturen und Sortierungsmerkmalen. Zum Beispiel das Identifizieren von ähnlichen Bildern beruht auf sogenannten Clustering-Algorithmen. Ausgehend von ihrem Inhalt wie Farben, Formen, Objekten werden von der Maschine ähnliche Bilder in einer Gruppe zusammengefügt. Verstärkende Verfahren reagieren auf Rückmeldungen des Systems und verstärken gewünschte Ergebnisse. Damit ein Computer ein Spiel erlernt, werden zuerst die Regeln algorithmisch definiert. Danach spielt das System ganz oft das Spiel. Aufgrund von Rückmeldungen, mehr oder weniger Punkte, optimiert sich das System so lange, bis es ein Optimum erreicht und beispielsweise menschliche SpielerInnen besiegt. Das hört sich nun so an, als ob die Verfahren sehr selbstständig werden und immer die beste Lösung fänden. Bei allen drei Verfahren spielen aber Menschen eine zentrale Rolle, da die jeweiligen Resultate des maschinellen Lernens durch einen Menschen entweder definiert oder beurteilt werden müssen. Die menschliche Beeinflussung bildet entsprechend einen zentralen Anteil an den generierten Modellen. Sie erfolgt an unterschiedlichen Stellen im Prozess. Um eine Maschine supervisiert zu trainieren, müssen zugrunde liegende Trainingsdaten mit Informationen angereichert werden. Etwa beim Erkennen von Bildern kategorisiert ein Mensch Bilder oder Bildteile. Diese Kategorisierung wird vom System dann übernommen, auch wenn sie einseitig oder problematisch ist. Eine Folge daraus ist zum Beispiel, dass Schönheit aufgrund solcher Kategorisierungsvorgänge von Suchmaschinen mit westlichen, weissen Schönheitsidealen und Geschlechterkonformität assoziiert wird. Umgekehrt nutzen unsupervisierte Verfahren Daten aus Sammlungen, sogenannte Corpora. Innerhalb dieser Daten identifiziert ein Algorithmus Ähnlichkeiten. Aus der menschlichen Interpretation der automatisiert erstellten Gruppierungen entstehen dann thematische Felder. Bei den Bewertungen durch maschinelle Lernverfahren sind also mehrere Faktoren entscheidend und in jedem Fall sehen wir eine menschliche Beeinflussung. Darüber hinaus und bei beiden Verfahren muss dem maschinellen Lernen eine riesige Menge an Daten vorgelegt werden. Ein paar hundert Bilder oder einige Seiten Text reichen meist nicht aus, um sinnvolle Modelle zu erstellen. Diese riesigen Datenmengen müssen irgendwo herkommen. Dazu greift man oft auf bereits bestehende Sammlungen zurück, die häufig vor einem anderen Hintergrund oder mit anderem Erkenntnisinteresse erstellt wurden. Wir müssen festhalten, dass alle Modelle, die auf maschinellen Lernverfahren basieren, beeinflusst, befangen und oder voreingenommen sind. Sie sehen, wie sie in der Zeit haben. Sie sehen, wie sie Körbikang. Sie sehen, was alle Bödiebikang lieben in der Ausstellung. Vielen Dank.